Hey ho, herzlich willkommen zu einem neuen Part von MeersRakes, hallo! Ich hoffe, man hört das im Hintergrund nicht allzu sehr. Wenn doch... Ah, ist das so. So, wird nämlich leider den ganzen Tag sein. Ganz kurze Sache. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, zwei Teile. Ihr habt schon mehr keine Videos. Warum? Und, äh... Oh, das ist auch geil. Ähm... Ich hatte eine zweitägige Pause mal. Ich hatte mein Handy... Also ich hatte kein... Ich hatte Datenvolumen und, äh, WLAN ausgeschalten. Ähm... Da ich mal echt ne Pause brauchte von Internet. Manchmal braucht man das nicht. Ist aber so. Manchmal braucht man Pause. Von Internet war es... Xbox hatte ich zwar trotzdem noch. Aber da hab ich natürlich WhatsApp und Instagram. Und der ganze Scheiß so heiß liegt drauf. Ähm... Instagram ist ein gutes Stichwort. Ich hab einen Instagram-Account. Ich hab einen Instagram-Account. Der Link zu meinem Instagram-Account ist unten in der Beschreibung. Muss ich mir erst mal aufschreiben. Ähm... Sonst vergesse ich das sowieso nicht wieder. Das weiß ich jetzt schon. So. Ähm... Ich klicke einfach mal den Klierzettel hier hin. Ab und zu werde ich mal irgendwas aufschreiben. Ähm... Folgendermaßen. Ich hab mir einen Instagram-Account damals irgendwann erstellt. Ähm... Dieser sollte eigentlich ein privater Instagram-Account sein. Dann hab ich also noch einen Account erstellt und hab überlegt. überlegt. Was machst du jetzt? Was... Wirklich... Auf einem neuen Account wo nichts null niente ist. Ähm... Lädst du dann doppelt die Bilder hoch oder was? Weil ich hab dann überlegt. Okay. Was machst du jetzt? Keine Ahnung. Und... Ähm... Dann hab ich überlegt. 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 Okay. Wenn ich meinen zweiten... Also meinen allerersten Instagram-Account... Habe ich dann... Ne, meinen zweiten Account. Oh. Jetzt weiß ich nicht. Doch. Ich meine meinen ersten Account. Äh... Habe ich dann zu meinem... Privat-YouTube-Account umgesattelt sozusagen. Da sind ein paar Bilder drauf. Nicht viele. Ich weiß nicht, ob ich das hier aufrufen kann. Äh... Nicht viele Bilder sind da drauf. Nicht viele Bilder sind da drauf. Also äh... Echt sehr sehr wenige. So. Ähm... Ich nehm mich einfach mal rüber. Mit... Ist wahrscheinlich eine andere Akustik jetzt. Und ein anderer Blickwinkel schon wieder. Aber... Ähm... Ich muss eben... Äh... Ähhh... Äh... Ja, das passt voll. Ja, ich lasse mein Passwort noch. Cool, ähm, jetzt nicht. So. Oh, jetzt bin ich auf dem falschen Account, oder was? Ja, ich bin auf dem falschen Account. Nein, da wollte ich doch gar nicht drauf. Da wollte ich definitiv nicht drauf. Wie wechselt man jetzt den Account? Da kann man das auch immer mal jemand sagen. Keine Ahnung. So, äh, ha, ha, ha. Moment, ich kann auch hier gucken. Ähm, nee. Ja. So, ganz kurz. Ganz kurze Sache. Ähm. Ganz kurze Sache. Ich muss hier eben gucken. Es tut mir leid. Es tut mir echt schon leid. Ähm. 55 habe ich damit ordentlich gekauft. So. Äh. Also, auch von dem Account habe ich 5, 6 Bilder. Ungefähr. Ähm. Das letzte ist gestern oder so was dazu gekommen. Dass es hier keine Suchfunktion gibt. Habe ich den aber nicht. Ach nein, der war ja. Okay, gut. Vergesst es. Vergesst es. Vergesst es. Vergesst es einfach. Vergesst es in Instagram. Äh. Äh. Aber Link zu meinem Account unten in der Videobeschreibung. Videobeschreibung. So. Ähm. Ja. So, da sind 5, 6 Bilder drauf. Ne, 8. Genau. Ähm. Ein fast schwarzes. Dann das Essen. Dann Nordsee. Weiter weiß ich nicht. Äh. Auch schön, ne? Ich weiß meine Bilder nicht. Na gut. Äh. 8 Bilder sind schon zu viele. Nein. Auf jeden Fall. Dieser Instagram-Account ist Also manche nutzen ihn, um da irgendwie die Benachrichtigung drauf zu hauen. Nochmal ein drittes Mal. Oder ein viertes Mal. Wie auch immer. Ne. Ich hab, ich hab, ähm, 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 äh, Discord. Nicht Dropbox. Discord noch. Und da werden ja auch die ganzen Benachrichtigungen drauf geknallt. Darum werde ich auf Instagram nicht drauf knallen. Irgendwie, ähm, ne, hallo. Oh, 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 oh. Sondern werde ab und zu so ein, zwei Fotos. Wahrscheinlich von, wenn ich irgendwie vlogge oder was zwischen den Vlogs sozusagen machen. Und, ähm, zwei, drei andere Sachen. So. Ähm. Ich schreibe auch ein Buch, meine Damen und Herren. Ähm. Und. Dieses, dieses Buch. Ist natürlich mein ganz eigenes Buch. Das schreibe ich selber so, wie es ist. Nämlich mein Leben und ich auf Wordpad. Was ist? Ich hoffe, man sieht das überhaupt so ein bisschen, ja, da wird mein Leben und ich. Mein Leben und ich. Es dreht sich alles um das Buch um mich. Ähm. Da werde ich heute den Prolog, ähm, ähm, veröffentlichen. Nehmen wir das Ganze veröffentlichen, genau. Ähm. Ich lese euch einfach mal den Prolog jetzt kurz vor. Ähm. Da brauche ich meine Brille ganz kurz wieder. Da habe ich meine Brille ganz kurz wieder. Hach. Mein Güter. Rakelies plus die Stars Ananas. Ähm. Nein, also ganz ehrlich. Ich lese euch nur eben den Prolog vor. Ich lese jetzt keine zehn Seiten vor. Außerdem habe ich noch nicht so viel geschrieben. Ich habe Kapitel eins der Anfang angefangen. H angefangen. Anfang angefangen. Und, ähm. Ja. Übrigens, wenn ihr auch einen Account schon lange auf Wordpad habt oder jemanden empfehlen könnt mit spannenden Büchern, auf Wordpad, dann schreibt mir den doch gerne mal unten in die Kommentare. Würde mich Mordsfreund ausser ihr empfehlt mich. Dann lasst es lieber. So. Für die ganzen Schlaumeier unter euch habe ich direkt zugeschrieben. Normalerweise wird im Prolog so ein bisschen was erzählt und ich glaube auch ein bisschen über das Buch geschwafelt. Doch hier nicht. Da ich ja kein richtiger Autor bin und ich glaube auch nie ein richtiger sein möchte, werde ich hier einfach mal einen schnellen Überblick geben, Überblick geben, was in dem Buch so passiert beziehungsweise wie es hier abläuft. Als erstes mal gesagt. Ich bin kein Mensch, der sonderlich auf die Rechtschreibung achtet. In Klammern aus in der Schule. Daher, wenn ihr echt so eine Person seid, die förmlich ausrastet, wenn man einen Rechtschreibfehler findet, dann seid ihr hier auf jeden Fall falsch. Ich werde in diesem Buch versuchen einfach mal mein Leben zu beschreiben und wie es so halt ist. Mit Doppelpunkt großem D. Smiley. Ich habe vorhin dieses Buch, in Klammern wenn es fertig ist, auf meinem sogenannten YouTube-Kanal vorzulesen. Und direkt liest. Aber dies soll kein Buch sein, in dem Wirbung vorkommt. Daher erspare ich euch das mal. Als gutes Ende möchte ich euch noch mitteilen. Toll. Sekunde. Möchte ich euch noch mitteilen, dass ich, Achtung, versuche, jeden Tag ein Kempel zu schreiben und zu veröffentlichen. Ob das klappt? Naja. Nun aber viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Ja, das ist also das, ähm, äh, das ist das soweit, was ich geschrieben habe. Ähm, vom Prolog. Das speichere ich auch nochmal eben. Und dann wird es veröffentlicht. So. Dann kann ich hier, ne, wenn ich das veröffentlichen will, kann ich, ne, Hauptcharakter und dann zwar, so, äh, Hauptcharakter, Text, Genre, Zielgruppe, wer ist deine primäre Zielgruppe, Sprache, Deutsch, bitte, alle Rechte, Urheberrecht, alle Rechte vorbehalten, Bewertung, Erwachseninhalt aus, blablabla, blablabla, Tag, keine Ahnung, Genre, Einfach mal, Alter, keine Ahnung. Ich hab von Genre, keine Ahnung, Hauptcharakter, Hauptcharakter, das denn, das bin ich, ein Buch über mein Leben in schnelleren Durchlauf. Mein Leben und ich. Kann ich das veröffentlichen? Ich hoffe, man sieht das, das jetzt alles so, ja, kann ich das veröffentlichen? Veröffentlichen. Ach, Anteck hinzufügen. Ja, äh. Was macht man da? Leben. Veröffentlichen. So, dann seht ihr, beim Versuch, da eine geschehe, zu speichern, sind Fehler aufgetreten. Herzlichen Glückwunsch, was gerade Prolog veröffentlicht, deine Geschichte findest du hier. Hashtag Leben. Wenn wir jetzt da drauf gehen, er will sie. Hallo, die, will nice Mädchen, das Mädchen aus dem Glas. Okay, das geht, empfiehlt mir schon zu viel. So, und dann hab ich, so zu sagen, jetzt gerade, mein erstes Kapitel veröffentlicht. das mit dem Fehler, dass wir irgendwas speichern, blablabla, keine Ahnung, was das jetzt war, ähm, weiß mir auch egal. So, ähm, findet mich unter Wordpad, natürlich, unter der 888-Tot, ähm, da sieht man das auch noch, mit einem schicken Profilbild, mein hinteres Bild, äh, am Kanalbanner sozusagen, der 888-Tot zusammengeschrieben. So, ich hoffe, wir haben es gesehen, wenn nicht, alles unten in der Videobeschreibung, ich hab's mir aufgeschrieben, so, alles unten in der Videobeschreibung, äh, werde ich jetzt ab und zu mal, wenn ich da hier von Wordpad ein Buch lese, oder sowas, oder ich empfehle, oder ich ein neues Kapitel geschrieben habe, einfach mal, ähm, ja, ne, einfach mal, ähm, ne, äh, was hinzupacken. So, es fing alles an einem schönen, sonnigen Wochenende an. Ein Kind wurde geboren, und, ja, das war ich. Von diesem Tag an hat mein Leben begonnen, und das ist noch nicht alles. Denn, es ist der erst, der Anfang. Ja, das ist mein Entwurf, so weit, so gut, fortzessell folgt mein Leben und ich, letzte Aktualisierung, vor einer Stunde, war's schon so lange, okay, wunderbar, ähm, das ist soweit, alles, was ich jetzt, für euch habe. Äh, Instagram-Account steht, schon etwas länger, ich warte jetzt, ich hab meinen Haken beansprucht, ähm, angefordert, ne, dass dieser, dass ich das wirklich bin, und, ähm, ne, hier mein HWK-T-Shirt, wunderbar, ich liebe es immer noch, wenn es irgendwann mal zu klein sein sollte, ei, 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 dann, dann, dann sage ich euch, meine Damen und Herren, habt ihr ein Problem. So, äh, nein, ähm, damit geht's mit dem nächsten Part weiter, heute kommen wahrscheinlich drei Parts hintereinander, mit, glaub ich, ne Stunde Pause, also Stunde zwischen, dann kommt der nächste Part, Stunde zwischen, dann kommt der nächste Part. Ähm, wir sind hier bei Kapitel 8, so, ungefähr, ne, Hälfte haben wir noch nicht, okay, fast die Hälfte haben wir, ähm, 20 Kapitel sind das, ähm, wobei das längste Kapitel 6 und 7, glaub ich, waren, die anderen werden kürzer, 10, 11, 8, 9 Seiten, mehr wird das nicht mehr, ähm, also, lasst euch einfach überraschen, was da so passiert. Ähm, ja. Schaut auf mein Instagram-Account vorbei, ähm, da wird es wahrscheinlich demnächst öfters losgeben, also ab und zu mal, es kommt jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht der, der jeden Tag irgendwie was draufstellt, nur weil er Langeweile hat, sondern ich stelle lustige, interessante Sachen aus meinem privaten Leben da rein. Das kann sein, dass ich auf einmal sage, zack, bumm, Stein fotografiert, keine Ahnung. Kann vorkommen. Übrigens, jeder, der mich anschreibt, hat ein Problem, ähm, weil ich antworte nicht. Ich antworte nur auf kaufen. Na, okay. Wo hab ich das denn schon wieder her? ei, ei. Okay. Ähm, nein. Auf jeden Fall. Mein Instagram-Account und so weiter und so fort, alles unten in der Videobeschreibung. Ähm. Und, ähm, ja. Wie gesagt, drei Parts heute, mit jeweils wahrscheinlich eineinhalb Stunden Pause, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und, ähm, wir, meine Herren, sehen uns im nächsten Part. Haut rein. Ciao mit vor.